Genauso einfach mit einem Besuch beim Ernährungsberater können wir jetzt online über das Programm VitaDiäta einen individuellen Diätplan erstellen lassen. Hygia Gesundheit und Ernährung, ein Unternehmen aus der Universität Granada, entwickelte die Anwendung. Hinter diesem Tool eine Analyse zu Lebensmitteln und ihren Nährwerten. Bei der Dateneingabe generiert das Programm nicht nur einen Ernährungsplan, sondern auch Kochrezepte für ausgewogene Mahlzeiten. Jetzt wird an einer App gearbeitet, die spezifische Auskunft über die Art der Diäten für Normalverbraucher geben wird. Derzeit ist diese Anwendung für Ernährungsfachkräfte noch kostenpflichtig, abhängig von der Anzahl ihrer zu behandelnden Patienten. Untertitelung des ZDF, 2020